Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Zapp Budokai Tenkaichi 4 Im letzten Part haben wir gegen das Psycho Pokémon Freezer gekämpft Junge, der hat so viel Psychokinese gespammt, das war nicht mehr feierlich Und diesmal kämpfen wir gegen Toppo, das wurde sich nämlich auch gewünscht Ja, mal gucken wie der Kampf wird, das ist jetzt natürlich noch Standard Fight Alles klar Ah, Super Explosive Brave ist ein bisschen lost, aber er ist immer Oh mein Gott Gelegian Okay, er weicht einfach aus Lass das bitte, oh mein Gott, als ob Oh, ich wollte eigentlich täuschen, aber Hallo Natürlich müssen wir gegen Toppo auch Vegeta benutzen, ist ja klar Alter Okay Kein Problem, der Prinzessin wird dich einfach richten Gelegian Barm, Alter Keine Chance Ähm Okay, du willst so spielen, kein Problem So Bitteschön Dann gehe ich auch eine Stufe höher Eine sehr große Stufe Super Gerlach Gerlach Organ Blaster Ja Du hast deine Prinzipien weggeworfen Du bist erbärmlich Ja Nur um stärker zu werden Und deswegen werden wir dich auch vernichten Gelegian Gelegian Süß Ja Wow Okay Und du denkst jetzt, dass dir das hilft, ha? Es wird Zeit Oh Dir unsere volle Kraft zu zeigen Und zwar der Blue Evolution Ja Süß Nächster Oh nein Ich hasse das Ich hasse das Ich hasse das Hauer Ach komm schon Aber dort ist der Hauer Wir haben nur eine Chance I was surpassed the gods Oh nein Oh fuck Okay, das könnte uns killen Sehr suboptimal Aua Aua Hallo Vegeta Du darfst dich aufgeben Ey, jetzt kann nicht sein Ja Okay, okay Vegeta, lad dich Wir können Wir müssen das Cannon machen Ja Ich will das Zudem für euch Gewinner Ja Ah Ah Okay, das musste sein Das musste so hart sein So Das war Stufe 1 Für alle, die Raid-Bosse jetzt noch nicht kennen Habe ich gar nicht erklärt jetzt Ähm Raid-Bosse werden immer schwerer Fangen leicht an Deswegen war der jetzt auch so einfach Und steigen in der Schwierigkeit In dem wir Ihnen Ausrüstung geben Während wir gleich bleiben So Okay Topo ist jetzt schon mal wieder ein ganz anderes Level Ich bin mal gespannt Ob der jetzt ein wahrer Gegner sein wird Weil Vegeta konnte ja mit ihm jetzt einfach easy Easy spielen Aua, ich hasse das 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 Explosive wave Ach komm Hallo Was macht der denn Junge Er hat einfach meine Hand geblockt Was soll das Okay Ähm Warum hat der jetzt schon wieder Ach so Er hat sich gebufft Ich dachte kurz Äh Dass ich Angst haben muss Ja Explosive wave Ist keine Chance Ah Ja Okay Double Gare Gare Hallo Pui Pui Tja Ich glaub dem Angriff kann man auch gar nicht ausweichen Nein Bleib weg Super explosive wave Topo Was ist los Oh mein Gott Mein Ernst Lass mich dir den Super Saiyajin zeigen Oh nein Aua Warum Warum macht der das jedes Mal Aua Aua Ah Ich bin super Vegeta Prinz Saiyajin Du musst mich nicht da kriegen Sag ich doch Geh weg Mach dich ab Maximum flashe Geh weg Oh mein Gott Süß Du hast Rechaus Amazing Impact Ja Idiot Warum hast du deinen Schlag So schlecht getimed Friss das Mit dir wisch ich den Boden Geh weg Ich hab gesagt Geh weg Ja Ja Maxima flashe Okay Das war dumm Ah Ah Nein Ah 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 Okay Geh weg Okay Das war's Keine Chance gehabt Aua Hey It's my turn I am Goku Nice to meet you Oh mein Gott Ich drücke wieder falsche Taste Was ist das Was ist das Oh nein So Da wollte ich jetzt mal gucken Super Saiyan God Super Saiyan Auch wieder runter Okay los geht's Okay Oh Das geht's ja nicht Kaioken Kamehameha Wie Mach Hä Ich check's nicht Aber ich bin Vegeta Der Prinz der Fire Gin Würde er nicht verlieren Oh nein Alter Atomic Blast Ich bin so wie du In meiner jetzigen Form Das war ein Fehler Aber Ich werde dich In dieser Form aufhalten Ja Aua Okay so nicht Lass mich dir meine Besten Angriff zeigen Aua Darf ich überhaupt mal was machen Hallo Ich bin wieder an dieser Scheißwand Big Bang Attack Oh nein Nein Ist ja fast down Oh nein Ich kann das nicht dort Ich kann das einfach nicht dort Alter Nervt er Wanna play with me Dank dir habe ich diese neue Form erweckt Super Saiyan 4 Final Flash Ich werde in diesem Turnier nicht ausscheiden Alter Ja chill jetzt Ich habe hier zu spät gestartet Oh mein Gott Alter hallo Hör doch mal auf zu spammen Final Flash Wir haben übrigens nur noch die zwei Eigentlich voll sad Oh nein Geblockt Feigling Nein Dodge Friss das Final Flash Und ich habe nicht richtig getroffen Oh mein Gott Das kann ja nicht sein Diesmal gewinne ich Was Ein einziger Punkt Das ist doch verarscht Final Flash Oh nein Was auch immer ich da gerade gemacht habe Ähm Kann ich irgendwas cooles Ja ich habe keinen Partner Super Saiyan 4 Tut mir leid Das wäre auch viel zu krank Okay stirb Geh einfach von uns Ich muss es als Gitter beenden So Sehr gut Oh Saiyans Okay Character Select Letzte Stufe Die war schon echt schwer Und jetzt kommt Last One Da kommt direkt die geile Mucke So Okay So Topo geht Gott Äh Geht auf Tournament of Power Destroyer Und Wir kämpfen In der Map Da haben wir ein bisschen mehr Feeling Für den Final Fight Wie geht Das hättest du nicht sagen sollen Aua Hab ich doch gesagt Das ist immer so eine große Treppe Mann Ey der ist halt jetzt Absolut broken Aber Ich glaube So können wir es Irgendwie schaffen Jetzt werden wir jetzt einfach Zehnmal den Angriff Darf ich bitte mal Geh weg Interessant Explosive Wave Ja da bringt es ja auch nichts Hab ich ihm schon eine Leiste gezogen Alter Immer dieser scheiß Spammer Oh nein Ach man Alter Irgendwie klappt das heute nicht Explosive Wave Ey ich bin das so heftig Wie die das einfach dodgen Es ist wirklich krank eigentlich Aber es reicht mir Ja Let the battle begin Super Galica Okay das hat echt nicht viel Schaden gemacht Kann ich irgendwas machen Ich kann mich transformieren Okay Super Sing Gott Ich weiß nicht was das macht Okay Geh erstmal weg Oh warum mach ich das Ich bin so lost Oh nein Explosive Wave Könnte Helfen Aber nein Tut's nicht Okay Goku Hi Ah bitte verwandeln Let's go Alter Was stimmt nicht mit ihm Ey wir sehen ja gar kein Land Chill mal Ah 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 Ein bisschen zu spät Ähm Kaioken Kamehameha Ah Kaioken Kamehameha Ja Dodger 10 mal Junge was Alter Was ist da los Oh nein Alter ich bin so tot Ich kann nichts machen Ey er macht die ganze Zeit Fear of Destruction Und das killt uns halt instant Oh nein Okay Ähm Ich hab einen Plan Ich hab so harten Plan Oh nein Oh nein Oh nein Lass mich Ich kann halt auch nichts machen Habe ich irgendwas Mich wegholen kann Ne Ey wir werden so hart drauf gehen Na toll Hallo Hör mal auf Ja klar Ja klar Und Ja toll Zurück verwandelt Jetzt hab ich ein Problem Oh Geh bloß weg Geh bloß weg Ich bin halt echt zu schwach in der Form Ey ich liege Ich kann nicht mal ausstehen schnell genug Wurde ich irgendwie was machen Okay Schön Der Plan ist auch wieder für den Arsch Ja ist okay Wie kann man das so krass auswischen Hallo Das sieht wirklich nicht gut aus Ehrlich gesagt Ey das kann nicht sein Ich treffe halt auch nicht Guckt euch den Damage an Ey Topo geht einfach nur rein Der geht einfach nur rein in mich Ist scheißegal Er geht hauptsache Rauf Okay ich hab nur eine Chance Aber er lässt mich nicht mal laden Oh mein Gott Was ist denn das Er lässt mich nicht mal laden Ähm Ich sag's euch mal so wie es ist Es sieht jetzt nicht gut aus Aber wir haben auch schon schwierigere Battles gehabt Oh mein Gott Ja ich mach 83 Bringt nix Oh mein Gott Ich werd nicht Ich werd's nicht schaffen Alter Spaß ich bin der Prinz des Algen Natürlich schaff ich das Und Ja klar Immer eine 93 ey Mach dich ab Steh nicht so dumm da Geh weg Final Flash Ey wir ziehen ihm nicht mal so viel Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich hab geblockt aber okay Ich hab geblockt Hallo Verdammt nochmal Nein was Oha was war das Ey wir haben halt absolut keine Chance Alter Topo hat das komplett fertig gemacht Okay dann würde ich sagen das war's mit dem heutigen Part Wenn es euch gefallen hat Wenn es euch gefallen hat Lass gerne einen Daumen um da Abonniert den Kanal Damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst Und bis dann Und ciao Euer Feierlexer Macht's gut Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.